So, okay. Eine Pistel. Dies wäre es als eine. Ja, du die. Ich habe so ein komisches Sniper-Visier bei meiner Pistel. Ja, das ist voll gut. Also, ähm, kann es weitergehen, oder? Ja, ja, ich nehme schon wieder auf. Ach so, ja dann. Wir müssen sie verbrauchen, das ist halt da. Das ist meiner. Leute, ich habe so einen Energie-Klopper, äh, Koppler gekriegt. Ja, aber jetzt müssen wir da zurück zu dem Setter. Und den Media-Automaten reparieren und ein Schild kaufen. Alter, hier springt man so übel hoch. Das ist doch voll geil, ey. Man kriegt auch keinen Fallschaden. Stimmt. So, ich warte jetzt mal wieder auf euch. So, da. Zu dem Automaten, ja. Ach, stimmt. Da. Los, Basti. E-Laden, was soll ich da alles kosten? Wir müssen ein Schild kaufen. Jeder oder was? Ja. Außer kauft. Alter, wer hat jetzt das 400-Euro-Schild gekauft? Ich. Warte, Mann. Ja, hallo, hier. So. Schilds. Ja. Schild. Ja, aber muss ich noch irgendwas kaufen, oder was? Ja, ein Schild muss ich da kaufen. Ja, du musst noch ein Schild. Toll, welches denn? Ja, hast du doch schon, oder? Guck doch. Hast du noch? Ja. Welches soll ich denn kaufen? Oh, nein, sie sind doch eh alle, sie sind ja, ja. Anfang sind alle gleich. Okay. Wir müssen achtmal den töten. Wohin? Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Seth bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. Ah, stimmt, wir müssen die Kammer finden. Ähm, wahrscheinlich, das Video habe ich gar nicht gesehen, das werde ich da vorne reinschneiden. Ähm, dann geht's um so eine Kammer, weil wir sind hier auf dem Planeten Pandora und wir müssen ja die Kammer finden, die Reichtum und so eine Kacke verspricht und wo ganz viel geiles Zeug drin sein soll. Wohin? Ich mach mit meiner Sniper 65. Ja, das macht voll viel Damage am Anfang. Ich mach fünf. Ne, nicht fünf, nicht 65, 26, meine ich. Die da noch Sniper Moni. Leute, die Sniper Moni von mir jetzt genommen. Ich hab nicht, ich hab nur S.S.M.G. genommen. Ähm, ja, aber am Anfang von dem Spiel muss man bald immer ewig hin und herrennen. Ego. Eider sind Bandit. Schön auf den Head. Ich hab den vier Kritz reingehauen und der ist ja noch nicht tot. Boah, jedes Mal durch meine Schüssel. Ja, ich hau den da auch von vier Kritz rein. Okay. Den jetzt nicht wirklich. Schon wieder tot. Alter, welcher Wichser war der das? Ich hab keine Munition mehr. Ich bin so gut wie tot. Alter, schieb so eine Scheiße. Ja, ich versuch hier alles, was geht, aber... Das ist alles die falsche Muni. Oh, hier ist ein Bandit, hier ist ein Bandit. Oh, 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 Bandit, kid. Helf mir mal, bitte. So, nee, servile. Oh, was ist das für eine Pistole? Alter, wie viel Muni hier rumliegt? Oh, was ist das für die ganze Pistole? Pistole Muni nicht. Wo kommt der denn her? Hier ist noch MG Muni. So. Ja, ich... Oh, hier ist ein Pistole. Ich gehst genau gleich. Aber kann man verkaufen. Ähm, was ist denn hier? Ähm... Legt der Jonas Sniper Muni, ich brauch nämlich wieder was. Keine Ahnung, hier ist ein Tresor. Oh, yeah. Hier die Waffenkiste. Oh, ja, geil, ein SMG. Meins. Und eine Kiste. Bubblegum hat eine Waffe. Ich würd sagen, die nämlich passt, die hatte schon eine. Ja, ich hab eine. Ja, ich hab halt nur meine scheiß Dinger, aber Jona hatte bisher die Schlechteste. Ja, passt schon. Oh, du... Oh, Alter. Das war meine. Die Affe hat so ein Visier. Ähm, was ist denn hier noch für Muni? Wend ich mal gleich weg, Mann. Okay. Irgendwann hab ich schon voll viel Kohle und so, weil ich alles noch abgrabsche und ihr nicht. Weil ich einfach nicht Oberschnorrer bin. Ich brauch unbedingt Sniper Muni, ich hab nicht mehr so viel. Ohne Spaß jetzt mal, meine Pistole macht doppelt so viel Schaden. Äh, genauigkeit ist höher. Nur halt die Schutzgeschwindigkeit nicht so hoch. Wer grapst hier alles ab, hä? Hä? Ja, du, du, ich hab meine Pistole, Alter, die war so behindert, ich hatte nicht mal Kimme und Korn. Sniper Muni. Yay. Crestop Kevin. Yeah. So, jetzt müssen wir zum Spat auf. Treffen mit TK Baha. TK Baha. Ach, stimmt, ist ja der Typ, der da hinten rumgammelt. Ja, auf der Farm da. Auf der Farm. Leckt's eigentlich Basti? Nein, das läuft Hammer-Mega-geil flüssig. Gut. Bei mir bugt ja irgendwie immer ein bisschen rum, aber... Ja, das ist, glaube ich, auch normal. Oh, ist ja... Äh, MG-Money. Und Geld, mein Geld. Also ich hab 20 Dollar gekriegt, wie viel habt ihr gekriegt? Äh, ich auch. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Ja, ja, du erhältst 20 Dollar. Alter, ich mach 14 Schar mit der blöden Pistole. Das Geilste ist ja, dass meine Pichtel-Sniper-Visier hat. Ich kann immer vom Kern. Ja, ich auch. Du auch? Hast du auch so eine? Ja. Das ist voll geil, ey. Ja, das ist... Voll. Oh, da ist nur so ein Berg. Uh. Mein Geld. Ich hab 29 Dollar. Ich hab auch 29. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, jeder hat grad 29 bekommen. Sauber. Das ist voll geil mit dem Visier, ey. Mhm. Oh, mein... Oh. Oh, sorry. Ich hab dich ja, ich nehm da auch meine Muni. Ich nicht. Ich achte drauf, was ich nehm. So. Da hinten sitzt er, glaub ich, irgendwo. Da sitzt er, ja. Oh, jetzt wollte ich grad das Geld geben, ey. Oh, ich wollte grad das Geld geben, ey, ey. TK. Gabashi, der ist auch. Du, noch ein Schlitter und es ist dein letzter. Du hättest dein Gesicht so aus Druck sehen sollen. Ja, guck dir sein, Mann. Da sind irgendwie nur Irre auf Pandora, aber egal. Erstmal bestehlen. Mein Geld. Hahaha. Ähm. Müssen mit dem Labern, ja? Ja, laber du mit dem. Ich raub hier seine Toilette aus. Ja. Vorräte. Sauber. Warte, was müssen wir machen? Geld, 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 Geld. Meins, 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 meins. Verdammt. Was ist das denn? Er ist im G-Muni. Ich geh die schon mal von hier an rein. Stuhl noch vorrat. Ach, die Teile, da hinten ist ja, ich seh schon eins. Helf mal am Tillmann, Jona. Ja, das heißt, was ich hier mach. Ah, lässig hier. Besse. Oh, ich muss nachladen. Ja, das ist. Sauber. Meine Pistol-Muni. Glaub mir, ich hab... Meins, meins. Alles voll. Alles, was ich hier aufnehmen will, ist voll. Ah, hier. Zerstören. Hier ist ein G-Muni. Oh. Ich hol kurz die Vorräte. Er hat das in Schnitzelkeulen. Ah, fuck. Das war gar nicht meine Muni. Meins. Äh, was ist das hier? Hier ist auch so ein Vorrat. Ich hab's schon zwei. Ah, das war's, sorry. Bö, L36, Combat-Rifle-Munition. Boah, wenn die rumrennen, ey, da hab ich so keine Chance mit der Sniper. Oh, Mann. Ah, die Viecher sind so scheiße. Fünf Stunden später, wenn der... dann mal nachgeladen hat. Ja, kommt. So, du stehst jedes Mal davor. Das soll ich denn machen. Was hätt ich denn machen sollen? Ah, ich will M-G-Muni hier legt. Ich bin voll. Pistol, Pistol, was ist das Fahne? Fischl. Alter. What? Leck. Ey, die ist in allen Belangen besser. Aus der Entfernung, genauigkeit. Ja, nein, ich hab sie. Ich hab sie, ähm, die Level 4. Ey, das ist ne komische. Mein Geld. Das war der Fischl. Ah, das war der Vorrat. So, da ist noch irgendwo was. Laut Detail. Ah, wir legt noch M-G-Muni rum. Ich bin voll. Sniper? Liegt da irgendwo Sniper, Tillmann? Ne, ist nur M-G. Ja, dann nehm ich die M-G-Muni, wenn du. Oh ja. Voll Asch. Hier ist ein Tresor. Jetzt hab ich die auch voll. 21 Dollar. Dollar. Dollares. Ah. Ich renne gerade irgendwie voll falsch, glaub. Ich weiß nicht. Ich renne Jona hinterher. Und ich glaub, Jona rennt richtig. So, dann kommt man da rein. Die Tür führt zur Arena. Du bist kein Skag, oder? Du bist kein Skag. Dein Glück. Ich schieße nur aufs Skag. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Tillmann. Ah, Tillmann, wir gehen gleich zum nächsten Quest. Ja. Ja, ja, wir kaufen jetzt Granaten. Loll. Äh, wo denn? Oh, fuck. Ich krieg gerade irgendwie von überall Damage. Ach, da. Medikit. Medikit. Das ist mein Geld. Und MGM-Monit ist nicht brauche. Oh, da sind die kleinen Spacken. 24 Schaden, Alter. Mit der Pistel. Wie ich dachte, Tillmann hat die geile gekriegt. Die ist aber erst Level 4, die muss ich jetzt erst... Ich mache 26 Schaden oder sowas mit der Pistel. Warte. Ah, hier habe ich schon ausgeraubt alles. Oh, ja. So, jetzt habe ich ein geiles SMG. Und eine nette Pistel. So. Mal laden auf. Vor allem, weil der Typ hier überhaupt nichts ist. Wie ist es eine Kiste? Oh, yeah. Super. Alles voll. Haha. 15 Dollars. Äh, wer kauft die Granaten? Ja, Mann hat eine gekauft. Ich kaufe jetzt keine Granaten. Ich bin nicht blöd. Was kaufst du dann? Ey, da ist ein geiles SMG im Angebot. Aber das ist ab Level 6. Und es kostet viel. Ich kaufe mir jetzt nichts. Ich kaufe mir jetzt einen neuen Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.